Ich hab mal ganz spontan eine Reise gemacht, obwohl ich es gar nicht wollte. Naja. Kommt vor? Was ist das da? Da brennt es. Warum brennt es da? Brennt da jetzt der ganze Dunkel ab? Brandstiftung? Durch die Zombies? Wollen jetzt Zombies Profit mit Palmöl-Plantagen machen? Stirb! Kapitalisten-Zombies! Stirb! Hm. Da hinten wird der Kapitalismus gefeiert. Yay! Oh, oh. Vorsichtig, liebe Leute. Vorsichtig. Ganz. Ja, sehr gut. Da kommen sie. Bleibt mir bloß fern. Ihr Unholden-Gestalt-ten. Da ist grad jemand. Die und respawnt. Hallo? Das ist nicht gut. Ich würde da ja gern mal hin. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier rumlungern. Pass auf. Ich nehme mir ein neues Schwert. Die Kiste kann ich mir doch trotzdem schon mal machen, oder? So ein kleines Lager aufbauen. Ah, hier. So. Eine Kiste. So. Der Redstone kann hier rein. Melon Slice. Kuka-Beans können hier rein. Der Eimer kann hier rein. Das kann hier rein. Und ich muss auch passen, dass ich mich hier nichts, äh, immer schön achten. Immer schön aufmerksam sein. So. Der Piston kann da rein. Jungle Lock. Komm, hier. Das kann auch weg. Das kann auch rein. Komm, das sollen wir nicht behalten. So. Okay. Gut. Vielleicht wollte ich mir noch ein paar Wektöger machen. Zwei Äxte. Ich sehe ein... Na, aus Holz vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht eher so. Exte, habe ich gesagt. So. Und so. Da haben wir die Nacht auch relativ produktiv verbracht. Okay. Und jetzt geht es los. In die Tiefen des gefährlichen Falles. Was ist da für eine Party? Bisschen Licht für euch? Melonen? Ich höre. Unholde Gestein. Lava? Möglichst nicht in die Lava fallen. Du. Ah, Gesicht. Du Arschgesicht. Noch wer? Hm? Noch wer? Ihr kleinen Penner. Ihr. Wo bleibt ihr? Ich bin bereit für euch. Aber nicht bereit für die Lava. Da sterben Coca-Beans. Coca-Beans. Oh, Coca-Beans. Ich muss die Coca-Beans verteidigen. Spindermans. 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 Jetzt weiß ich, woher ich die Melodie habe von Coca-Beans. Spindermans. Aha. Da hat er wohl geklaut. Uah. Zwei Stück. Kreise. Das könnte gefährlich. Okay. Weg. 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 Weg hier. Bloß weg hier. Bloß weg hier. Ähm. Ich weiß, ich bin vielleicht immer vorsichtig. Aber ganz ehrlich. Ähm. Ich möchte hier ungähend sterben. So. Ja. Hast du Angst? Hm? Hast du Angst? Ja. Du kleiner Pisser. Du kleiner, kleiner Pisser. Hallöchen. So. Oh. Hat er etwa eine Schaufel geklaut? Oh, oh. Ich sterbe gleich. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Schnell erstmal wieder Herzen regenerieren. So. So, 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 so. Jetzt komm her, du. Kleines Arschgesicht. Ich. Ich fisse dich in den Tod. Was? Bitte was? Ich seh auch aus so ein bisschen wie, äh, ja. So. Die Spinne müsste jetzt hoffentlich nett sein. Spinni. Oh, 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 die ist nicht nett. Die ist nicht nett. Hallo. 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 Die unfreundliche Spinne. Aus der Nachbarschaft. Komm her, du. Komm in den Scha- Komm in die Sonne. Oh, hast du etwa Angst? Hm? Hm? Oh, ich sollte, ich sollte wirklich aufpassen. Jetzt hab ich Angst. Ah. Ich könnte mich aber langsam mal, ähm, auf meine Reise. Vorbereiten. Das mach ich mal. Let's go. Was ist das? Was ist das da hinten? Ein Portal? Jetzt bin ich aber gespannt. Das sieht aus wie etwas unter Wasser. Ich seh Goldblöcke. Ein Portal. Oh. Oh. Ein gigantisches, riesiges Portal. Eventuell sogar genug, um mein eigenes zu erstellen. Aber ich würde mir gerne den Goldblock holen. Vielleicht. Obwohl, das erkenne ich wieder, ne? Hier. Was war das? Was ist das? Was ist das? Ähm. Was war das? Sind hier böse Fische? Sind hier böse Mächte am Werk. Ich würde das jetzt gerne irgendwie mal so, äh, speichern, tatsächlich. Wisst ihr, was ich meine? So, äh, also, mit diesem Ort so, ähm, festspeichern. In der Karte. Das würde ich gerne machen. Jetzt habe ich kein Boot mehr. Toll. Na, klasse. Das ist aber nicht so gut. Jetzt schwimmen wir halt. Toll. Wir können auch mal unter Wasser schauen. In diese sehr schöne. Unter Wasserwelt. Mit dasem Brot. Knappe Sache. So, ich sollte langsam zurückgehen. Zur Kiste und auch zum Haus. Weil ich nehme auch schon wieder zwei Stunden auf. Fast zwei Stunden. So. Langsam würde ich auch gerne mal eine Aufnahmepause machen. Aber das würde ich lieben gerne zu Hause machen. Ich wollte auch nur einen Kaffee trinken. Jetzt haben wir hier eine riesen Reise gemacht. Um herauszufinden, dass ich mal einen Kaffee hätte machen können. Toll. Obwohl, für was brauche ich denn für Kaffee? Eigentlich nur Kaffeebohnen, ne? Und eine Kaffeemaschine. Toll, aber nein. Spaß. Eigentlich nur Kaffeebohnen. Die muss ich halt malen irgendwie. Und Wasser. Gut. Und ich muss es erhitzen. Lava. Hm. Wie auch immer. Hä? Weg damit. So. Ich würde vorschlagen, wir gehen zurück. Sammeln noch diese Coca-Beans da ein. Vielleicht auch doch nochmal ein Hundi. Oh. Oh. Ein Hundi. Moment mal. Mit was tame ich Hundis? Mit Schweinefleisch, right? Wollen wir, ich weiß, ich hab gesagt, ich möchte das, äh, das Let's Play vegetarisch durchziehen. Aber. Für Hundi. Für ein Hundi. Ich würde so gerne ein Hundi haben. So, so gern. Das wäre so cool. Hundi. Komm ich denn hier irgendwie hoch? So. Coca-Beans, Coca-Beans. Ich, ich liebe Coca-Beans. Coca-Beans, Coca-Beans. Ja, ich liebe Coca-Beans. Das ist jetzt der Coca-Beans-Song. So, äh. Ist jetzt hier irgendwo Hundi und Schwein? Wie verheiraten ein Schwein mit einem Hundi? Auf ganz... Makaber. Oh, oh. Da geh ich mal weg. Hallo Enderman. Ich glaube, ich lasse Hundi mal allein erst mal. Der kommt auch alleine klar. Hoffe ich. Und wenn Enderman ihm was tut, dann tue ich Enderman was. Hm. Dann tue ich Enderman was. So. Und wahrscheinlich habe ich mich gerade schon im Dschungel verlaufen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Da ist der Vogel. Da ist der Vogel. Und eine holy motherfucking tiefe Schlucht. Ei, 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 ei. Hui, ui, ui. Ja? Aber Kohle? Hallo? Da ist ja niemand. Das ist ein Erdloch. Und da mache ich doch gerne mit. Das hole ich mir aber. vorausgesetzt kein Zombie fällt jetzt hier rein. Das wäre in der Tat sehr ungünstig. Das, ja, das wäre nicht sehr schön. So, komme ich hier jetzt irgendwie rauchst auch aus dem Erdloch? Ja, jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Woher kam ich?